Hallo, ich bin Ilja Bäumler und bin der Studiengangleiter des Master of Science Logistik und Supply Chain Management an der Hochschule Luzern-Wirtschaft. Ich war schon immer ein Zehnkämpfer. Ich wollte verschiedene Sportarten machen und in der Schule hat mich alles interessiert. Und die Logistik und das Supply Chain Management ist all das, was ich quasi immer schon wollte. Es ist vielfältig, es ist komplex, es ist dynamisch. Man hat quasi das Rückgrat der Weltwirtschaft in der Hand und kann dadurch auch vieles bewegen. Ich komme von einer großen Universität mit sehr vielen Studierenden und der Unterricht wurde dort sehr gut durchgeführt, aber als Student ist man einer von sehr vielen. Hier an der HSLU sind die Klassengrößen kleiner und das Feedback, was man gibt, wird ernst genommen und kann sogar auch die Hierarchien hochklettern. Das gemacht hat, was man will auch die 這 governors-Wahrer noch nicht mehr sagen. Aber wir stehen an der Schlage und die Klassengrößen nicht vor. Aber wir stehen an der Schlage und die Klassengrößen nicht mehr auf dem Lernen.